Wo sind wir? Ach, hier hinten. Ein Sumpf irgendwie, ja? Ja, Leithaus. Ich muss ins Wurf den Panzer markieren. Ach, hier vorne den. Wir können doch eigentlich hier entspannt außen rum laufen, oder? Ja, klar. Oh, spiel doch von vorn. Spiel doch von vorn. Minus. Ich glaub, das ist deiner. Die UMP macht auf so eine Range nicht so viel Schaden. Ich guck mal aufs Top-Tech. Ja, guck mal. Aber erstmal gucken, wenn ich das auch... Ich glaub zwar schon, dass er allein war. Ich hab keinen anderen mitlaufen sehen. Aber wo will der so früh hin? Oder meinst du, der hat bestimmt eine Daily Survive zweimal Shoreline oder so? Kann schon sein. Äh, da kommt... Sag mal, Leithaus. Ich kann das, der bis gehört. Warst du gerade Busch? Ich hab mich gerade hingelegt, ja. Okay, weil ich hab das links gehört. Schleim mir mal seinen Helm. Aber war deiner, ne? War meiner, ja. Ja. Hat der noch was schönes, oder? Hat er nichts schönes? Nö. Okay. Level 28, er hatte eine halbtote Schrotflinte und... Was ist der denn hier vor? Keine Ahnung, was der aber noch. Einmal antatschen. Mhm. Zum Skill. Ist auch nicht mehr viel dran. Ich hab alles dann in die Pampa geblieben. Naja, ich hab gar nicht geguckt. Mhm. Ich fass den nur einmal kurz an, dass er einmal anfängt zu suchen. Mhm. Weil dann levelt er schon. Nice, einer weniger. Mhm. Wenigstens hab ich jetzt besser geschossen als vorhin beim Scaff. Das hab ich nicht mitbekommen, das ist wahr. Ach, ich hab äh... Drei Magaziner auf den Scaff abgefeuert, also. Ach, ja. Die klassische One-Meg. Aber jetzt diesmal... Diesmal hab ich auch die umgestellt auf Einzelfeuer. Pass auf, dass dich keiner von der Jägerhütte wegholt. Ah, ja. Da hat auch nichts gelootet, also... Könnte man sich im Dorf noch... Ich war auch gerade am Überlegen einmal ins grüne Haus an die Jacken, aber... Ach so. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wer da hinten sitzt irgendwo, oder? Die schneiden da jetzt alle wieder wie die Blöden. Ja, Superborn in Heaven geht wieder los. Oh, Steps im Haus. Hast du's gehört? Ne, noch nicht. Ja, jetzt. Ich würd mal über links gehen. Mhm. Wer kommt? Zu dir? Wer ist jetzt in der kleinen Hütte? Kommt nach hinten weg? Schieß! Hilf! Wo ist er? Am Zaun da vorne irgendwo. Ich nade. Ich blende ihn. Ich glaub ich hab ihn. Okay. Ich glaub ich hab ihn genaded. Ja, denk ich auch. Das darf er nicht überlegen. Ja, ich hab ihn genaded. Geil. Geil, geil. Das war schön gespielt irgendwie. Haben wir schön gemacht. Der ist aber ganz schön fett. Der war gut. Der war richtig gut in der Mix. Der ist gar nicht mal... Level 6. Junge, Level 6 mit ner Blackrock, ner Silenced M3. Ja, manchmal fragst du dich. Man ist super Armor. Ja. Alter. Den machen wir aber komplett leer. Hatte ich gestern auch einen auf Streets. Der war auch gar nicht schlecht unterwegs. Der war Level 1, Alter. Kranker Mist. Weißt du, was das für einer ist? Mhm. Uns kam doch eben der Level 28er entgegen. Ja. Mit dem Schrottgear. Mhm. Die beiden haben sich hier am Raid getroffen. Der Level 28er hat ihm sein Loadout gegeben. Und hat sich seine 3er Armor geschnappt und ist damit rausgerannt. Ah. Weißt du, wie ich meine habe? Das stimmt. Da hast du recht. Mhm. Mhm. Was könntest du erklären? Und du rennst da rum, oder? Ja, ich lauf hier rum. Okay. Und mal eben mein Zeug eben verstecken. Weil das würde Sinn ergeben. Mhm. Ja. Würde ich auch denken. Oder. Wie soll er sonst zu dem Gear kommen? Ich weiß es nicht. Naja, eine Silenced. Na gut, vielleicht hat er sich die auch irgendwo geschossen. Mhm. Aber eine Blackrock? Eine Trooper? Ich weiß nicht. Rätsel über Rätsel. Wie heißt der? Elvaco. Level 6. Mhm. Nice. Mein erster Nate Kill. Cool. Sehr schön. SR6 hat er auch dabei. Junge, Junge, Junge. Bestens ausgerüstet. Der ist echt... Mhm. Nicht schlecht. Naja, gut. Schon zwei weniger. Aber der hat dich ordentlich zerledert, oder? Der hat's mir ordentlich besorgt. Brauchst du noch irgendeinen Stim, oder so? Nö, ich hab alles. Danke. Wunschlos Glücklich. Das ist schön. Los, voll klicken. Ja, stimmt. Der hat... Die Waffe ist gesilenced. Das heißt, damit kann ich auch auf Skeps gehen. Mhm. Nice. Du kannst ja deine wegschmeißen, wenn du genug Munition hast für die andere Waffe. Naja, der hat nur 8 plus 7 im Magazin, also 15 Schuss. Mhm. Ist ein bisschen zu wenig, glaub ich. Mhm. Der hat noch ein 4-fach CMS, wenn du noch eins brauchst. Oh ja. Weil er dir das so gegeben hat. Da sag ich nicht nein. Liegt das noch im Inn drin? Ne, direkt neben dir liegt's. Ah, okay. Sehr nice. Ähm. Wo ist es? Hier. Hä? Wieso habe ich es nicht gesehen? Ich saß drauf, oder was? Danke, danke. Das ist von unserem Freund her. So, Waffen sind vollgelevelt. Gut, weiter geht's. Jo. Ich bin schon ein Stück vorgelaufen. So, jetzt habe ich mich ins Gefisch. So, auf den, äh, er muss den immer so warten, ja. Mhm. Ich frage mich, wie weit man weglaufen kann. Ich werfe die eigentlich immer hin und laufe einfach weiter. Ach so, na ja, ist mir, ich will das, ist mir zu riskant nicht, dass hier irgendwo einer sitzt. Ja, wenn du dann stirbst, dann hast du den Mark abverschwendet. Ja. Gut, wir haben für dich noch zu tun, wir können ja noch über die ganze Map marschieren. Ja, wir können ja mal Cottage gucken, vielleicht war da noch keiner. Mhm. Mal kurz in die Saves reingucken, vielleicht finden wir noch einen Stick für dich. Ne, ich hab schon, danke, alles perfekt, ja, alles abgehackt. Aber für Jäger brauchst du später auch nochmal welche, ne? Nochmal? Hm, ich glaube, ich habe für Jäger und für Mechanic welche gebraucht. Für Skier und für Jäger, also für Skier 2 und für Jäger 3, alles abgehackt. Ja, genau. Ach so. Theoretisch brauchst du... Aber die kannst du ja kaufen. Ja, das ist für Intelligenz-Sender, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, Stufe 2. Ja. 2 oder 3? Hm, 2. 3 weiß ich gar nicht. Ich sehe gerade 2, weil 1 habe ich schon. Aber die 2... Könnten uns nur gleich die Resort-Jungs entgegenkommen, ne? Okay, hier ist er nicht. Ich gehe mal hier ins erste Cottage. Hm, ich komme mit. Du hast ihn schon umgelegt, aber ohne Quest, ja. Das ist halt... Ja. Einmal durch Zufall, ne? Ich habe ihn gehört. Habe ihm gedacht, das wäre ein Guard. Habe auch mit der UMP einfach einen Schuss auf den Kopf und das war Sanita. Habe ich einen One-Tap gegeben. Geil. Ohne es zu wissen. Total geil. Manchmal hält er so einen Ostersack an. Ich guck mal in die rechte Jacke rein. Okay. Weihnachtsgeschenk. East Wing 3.14. Cool. Merci. Das Problem habe ich auch zum Glück schon hinter mir. Obwohl, es kommen ja dann noch die Quests mit der blauen Uniform. Ein paar Sorieter-Scafs. Flow Uniform M4. Dann kommt ja noch 40 Scafs auf Inter. Ne 30. Was? Ne 30. Ne 30 überall. Also das ist, glaube ich, egal. Das waren da 40. Ja, stimmt. Aber es gibt da noch 25 auf Inter. Ja, die habe ich auch schon. Da bin ich noch bei. Ich habe noch nicht so viel Inter gespielt, irgendwie. Zum E-Wer gucken? Ja. Das Sniper-Scaf ist auch keiner da. Dieser Zweifach-Scope ist ziemlich nice, muss ich sagen. Welches? Wie heißt das? Compact 2. Aha. Compact Prison Scope. 2x32. Hat er auf der Schrotflinte hier drauf. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ja, das ist gut, ja. Auch da. Oh, Achtung, Spieler. Wo? Wo unten an der Brücke. Das ist Minus. Okay. Jetzt ist er Minus. Jetzt ist er Minus. Aber da hat sich hingelegt. Oh, echt? Ja, da hat sich hingelegt. Oh, die Ratte. Das sah aus, als ob der umgefallen wäre. Oh, Alter, Spieler. Junge, Junge, Junge. Ich habe schon wieder ein Stück gerissen. Geh dich erstmal heilen, ich kann mal nicht. Ich habe auch noch einen Saliva übrig. Auch von dem Shotgun Boy. Ja, ich muss mal gucken, ob der da für schwere Blutungen ansonsten. Ich habe ja das Chrisley immer noch mit drin. Achso. Aber geht ja auch noch. Ich sehe es gerade. Ein Treffer hat er mir schon ordentlich mitgegeben. Der ist umgefallen wie ein Spieler. Das gibt es doch einfach nicht. Level 24, gönn dir. Ja, gleich. Jetzt los. Ich laufe schon mal hier an den Kulschistenhügel und gucke mal, ob da die zwei Scafs da sind. Ja, ja. Ich nicht. Ein Kollege mal bei PUBG passiert früher. Aha. Er hat auch die gesagt, ich höre die Shots von links und die kommen von rechts. Geht doch gar nicht. Das ist scheiße, was ist dein Headset falsch rum an? Ja, und er hat das echt falsch rum an. Oh, kommt da was gerannt? Oh, jetzt habe ich es gehört von der Tanke. Ja, jetzt habe ich es gehört. Jetzt war Tanke, ne? Du kommst gelaufen, ja? Ich stehe hier am LKW. Okay. Ich gehe mal hinter dir hoch. Einen besseren Überblick haben. Ja, packt alles in den Rucksack. Naja, auch nicht so verkehrt. Auch nicht so verkehrt. Gibt es ja nicht, dass hier kein einziger Scaf irgendwo ist. Nicht einer. Hm. Bist du schon drüben? Nee, ich stehe hinter dir auf dem Berg. Achso, okay. Ich würde jetzt rüber gehen. Hat er noch irgendwas? Nee, ich habe... Achso, ich vergesse es jedes Mal. Ich mache den immer gleich nackig. Achso, alles gut. Du bist eh Werk rein? Ja. Guck mal kurz an die Jacken. Ja. Tanke ist noch Betrieb. Hier draußen liegt noch ein Scaf. Der hat noch eine Halbmaske. Nee, die habe ich auch fertig. Danke, danke. Okay. Mhm. Ich bin bei dir drin. Oh, noch ein Headset, Junge. Heute habe ich aber... Kaffee. 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 Grüß dich, Oxi. Herzlich willkommen. Danke für den Kaffee. Nein, Alter, ich habe einen Lettex gefunden. Was? Echt? Alter, das gibt es doch gar nicht. Wie geil ist das denn? Ich gehe kaputt. Na ja, meine Energie geht auch so langsam. Wir können ja nochmal Wetterstationen hochgucken, wenn du möchtest. Ja, kann man machen. Ich würde nochmal reingucken. Ah, die sind schon tot. Da liegt einer. Na gut, dann brauchen wir nicht mehr reingucken. Dann gehen wir raus, oder? Ja. Wir können ja unten in der Schiene raus. Ui, warte mal, hier muss ich auch rein. Warten die hier? Ja, in die Kiste. Ist das die? Ja, da ist dieser komische... Ja, doch, da hinten ist der Anhänger, ja. Ich guck nochmal in den Stash da vorne. Mh, da war noch keiner. Aber jetzt auch noch nicht so die Welt drinnen. Oh, was zu trinken, was zu essen. Achso, ich hab ja noch was zu trinken, wenn... Äh, zu essen, wenn du möchtest. Einen Snickers. Ich hab jetzt wieder 30 Energy, das reicht. Okay. Ich nehm's. Ich hab's ja da draußen. Ich guck mal, ob Helmut da ist. Ob ich ihn sehe. Keiner zu sehen. Achtung, äh, da geht ein Scaff auf den Turm hoch. Knallen ab. Da sind zwei. Shit. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, der hat sich gerade den Sim gezogen. Oh, das war der erste. Ich hol den zweiten auch noch eben. Ich bin schon drüben auf der anderen Seite auf der Straße dann. Ja, ja. Ich lauf hier unten lang, da kommen wir uns nicht in die Quere. Hoffe ich. Ich lauf jetzt Richtung Schienexit. Jo, ich komm auch. Nicht erschrecken, ich seh dich. Links von dir. So viel Ärger hatte ich aber noch nie mit Scaffs. Junge. Manchmal wollen die einfach nicht sterben. So, jetzt kann ich wieder reden. Ich hab vergessen, die Tür zuzumachen. Ach so. Machst du hinten ins Däch noch? Ja. Ich geh schon mal raus. Okay. Die brauch ich nicht. War doch ne gute Runde. Ja, war richtig nice. Drei Spieler? Sind das mein Scaffs? Kann man sich nicht beschweren. So kann es weiter gehen. freely shining. Was ist das? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020